Was ist das Gespräch? Bloß um sich selbst bekümmert, weiß keiner. Darum ist sie ein so wunderbares und fruchtbares Geheimnis, dass, wenn einer bloß spricht, um zu sprechen, er gerade die herrlichsten, originellsten Wahrheiten ausspricht. Will er aber von etwas Bestimmtem sprechen, so lässt ihn die launige Sprache das lächerlichste und verkehrteste Zeug sagen. Jüngst, als Lisettchen im Fenster saß, da kam Herr Philidor und küsste sie, umschlang ihr weiches, weißes Knie und sagte ihr was ins Ohr. Ich weiß nicht was. Über die Geschlechtslust. Die Sehnsucht nach fleischlicher Berührung. Das Wohlgefallen an nackenden Menschenlein. Sollte es ein versteckter Appetit auf Menschenfleisch sein? Musik? Mathematik? Hat die Musik nicht etwas von der kombinatorischen Analyse und umgekehrt? Zahlenharmonie, Zahlenakustik gehört zur kombinatorischen Analyse. Ihre Frühreinfach! Sie bin steinend für Geheimnis. Ihr Gehorsam und Ihre Frucht vor dem Vater. Ihre Interzent und doch Ihre unschuldige Treuhandigkeit. Wir stolzen und Ihre Schmiegsamkeit gegen Leute, die Sie einmal schätzen oder die Sie fürchtet. Wir betreiben eine Krankheit. Wir raunen. Wovon spricht Sie an? Artigkeit gegen Kräfte. Wohltätigkeit. Hand zum klinischen Spiel. Anhänglich keine Weibung. Ihre Mutter, wir sind noch nicht. Anzug, Tanz, Geschäftlichkeit im Hause. Anzug! Neulich habe ich das Vettiner Steinkohlenwerk befahren und mich mit der Gegend etwas bekannt gemacht. Zwischen Weimar und Kösen, anderthalb Stunden von Auerstedt. In der Frur des Dorfs Matzstedt ist ein Steinkohlenwerk entdeckt und bereits abzubauen angefangen worden. Die Lage des Werks ist sehr vorteilhaft. Es liegt hoch über der Ilm und das Flöts hat sehr wenig Feiten, sodass sobald keine Wasserhaltungskosten eintreten dürfen. Das Flöts liegt zwischen fettem, bläulich-grauen Ton, der sehr gut steht und durch und durch mit unvollkommenen Frauenglas-Kristallen gemengt ist. Wie schmeckt das Gläschen Wein so süß? Wie lieblich tönt sein Räntchen. Ich weiß, wer alles stehen ließ. Kämst du aus manchem Händchen? Drum trinke, wer nur trinken kann aus einem solchen Becher. Er stößt noch mit den Enkeln an und bleibt ein froher Zechen. Alles Geistige genießen kann daher durch Essen ausgedrückt werden. In der Freundschaft ist man in der Tat von seinem Freund oder lebt von ihm. Es ist ein echter Tote, den Körper für den Geist zu substituieren. Und bei einem Gedächtnismalern des Freundes in jedem Wissen mit kühner, übersinnlicher Einbildungskraft sein Fleisch und in jedem Trunke sein Blut zu genießen. Der müde Fremdling ist verschwunden und hat dem Freunde Platz gemacht, der aus so vielen trüben Stunden ein treues Herz davongebracht. Auf immer nun mit euch verbunden, von keinem Kummer mehr bewacht, hat er sich wieder selbst gefunden. Und manches war so nicht gedacht. Und manches war so nicht. Und manche war so nicht. Und manches war so nicht. Und manche war so nicht.